Hallo, herzlich willkommen zu Manuel im Abend, der neuen Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, es ist windig, deswegen gehe ich jetzt mal rein und ja, da liegen ein paar Nüsse für ein Eichhörnchen, weil Eichhörnchen möchten auch was zu essen haben. So, gehen wir mal rein. So, meine Damen, Freunde, sind wir drin? Ja, der Tag, ja wie ist er wohl? Ja, schön und ja, ich sitze hier, schon wieder Nüsse und wieder Nüsse. Ja, Nüsse, weil es geht auch bald auf die Weihnachtszeit zu, was noch nicht ist. Wir haben da, so langsam geht es in den Oktober zu, wir haben da September, Ende September haben wir und ja, so ist das. Wie die Zeit vergeht. Manchmal fragt man sich echt, wie die Zeit vergeht. Die vergeht manchmal ziemlich schnell. Und wenn man sich versieht, ehe man sich versieht, ist sie so vergangen und man fragt sich, wie sie nur so schnell rum geht. Ja, so ist es auch in Mahl am Abend, weißt du, wisst ihr, wenn man so seine Moderation macht oder seine Folge macht, dann geht es ja auch immer ziemlich schnell rum, finde ich zumindest. Ja, bevor ich mich jetzt hier verplappere, würde ich sagen, es ist eine schöne Zeit mit euch. Ja, ich zeige euch nochmal ein schönes Bild. Ich meine das Bild von Timmy und mir. Habt ihr mit Sicherheit mal im Mahl am Abend gesehen oder in einer meiner Videos. Da haben wir auch nochmal Timmy. Und, hat euch das Bild gefallen? Ich hoffe doch. Natürlich habe ich euch nicht nur Timmy gezeigt, sondern auch wieder Timmy. Ja, und das Bild, was ich euch zum Schluss nur von Timmy gezeigt habe, das war auch in der Serie Timmy Aktuell zu sehen. Ja, also ihr müsst euch vorstellen, in der Serie Timmy Aktuell habe ich ja immer jeden Tag eine Folge gemacht und wie auch immer und auch ab und zu mal eine Zeit lang wieder Pause gemacht. Und da gab es in einer Staffel, habe ich auch dieses Bild gemacht. und ja, so ist das halt nicht. Und ich werde mich jetzt wieder von euch verabschieden. Wir sehen uns sicherlich morgen wieder, weil der Mahl am Abend im Countdown, der läuft ja bereits und bis dahin und tschüss. Buy das jetzt. Und da, 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 da. Oh, nooo! Bis zum nächsten Mal.